hallo youtube herzlich willkommen zu einem weiteren part von valus g3 ja das können wir schon das hat nicht richtig gespeichert gehabt die überwältigende Autorität, die du auf die anderen benutzt hast nur inwieweit stärker deine Vision, die du in einem schwarze, 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 schwarze nichts in jeder Richtung dann, gibt es drei Figuren vor dir ein Armered Male Elf, exudierend Macht und Wettbewerb ein süßes Junge mit einem schnellen, einfachen Lachen Und eine junge Frau blöde, mit sogar blöde Augen blöde. Diese sind meine Verteidigung. Sie sprechen für mich. Achtet ihr für die Weapon. Und du wirst du bereit sein, zu stehen zu ihnen... ...in meine Presse. Die Visions fadern, und die Vosel schlägt, als eine strange Energie schlägt um dich. Das Artefakt von vielen Seiten. Somehow, du verstehst sie, dass sie die Presse repräsentieren. Meine Macht erhöht. Meine Werte sammeln. Die Vosel schlägt. Wie ist es uns schlägt? Und warum? Nicht, dass ich schläge. Hm. Was für die Kraft, die das Artefakt hat, zeigt es jetzt kein Zeichen. Okay. Ja, kommt mir ganz gering. Kommen wir wieder rein in die Geschichte. Habe ich mein... Ich lese. Ja, du schlägt... ...los. Ja, du wirst, die aber auch gerne auf. Die Leiter mit einer Leiter maneira. Er ist kein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Er ist ein Zeichen. Er ist ein, wenn du ihn erwähnt sind. Es ist lustig, ihn ihn dringendig und es du vorst. Nun zunächst ist das kein Hühnchen, das ist ein Eulenbär. Könnte spaßig sein, was ist Hühnerjagen genau? Es ist ein Hühnerjagen, das ist ein Hühnerjagen. Es ist ein Hühnerjagen, das ist ein Hühnerjagen. Es ist ein Hühnerjagen, das ist ein Hühnerjagen. Es ist ein Hühnerjagen, das hat sich zu verabschieden. So, raise it, your goblets, and drain them with pride. Draw, Ragslin, die true soul, hat led you collide. I reckon draw, Ragslin's the gobo in charge, the way this one's carrying on. Okay, eben deine ungetörte Aufmerksamkeit schenken. You, move off! Do as she says, now. Now, where was I? Wait a tick, at a friend of yours. Suddenly not. What are you doing? I'm busy here. You lying. To you? To you? Never? Come, let's continue our ballad. Draw, Ragslin, draw, Ragslin. I am draw, Ragslin. Come choose draw, Ragslin. Come on, Pidgin, back to your cage. Now, look what you've done. Come on. Of course, ma'am. Okay. You're a gripper, idiot. Right, yes. More for me. You going on the next race? Bring me back something pretty. Get off your ass and do your own kidding. But it's nothing. Come on, I'm wounding. I'm still just a babe. It don't feel right messing with that at all. Die Musik hat aufgehört. It was a flood with a hole. What kind of coward won't even chase the baby? We play him or what? Brave enough to take on our new chicken? It's a big one, but that's just more for the chasing. Ja, wir müssen, äh... Wie war noch mal die Regeln? Das ist grausam. Oh, ich muss mal ihn speichern. Oh, Spielstand. Okay. Das ist grausam. Mach ich nicht mit. Ich will das um, Baby. Ich will das um, Baby. Okay, hier 30. Was ist los mit dem Spiel? Es gab ein Windows-Update. Ich muss das um, Baby. Ich muss das um, Baby, retten. Wir tun dir nicht weh, wenn du zu diesen Pfosten rennst. 임st du verabschiedst. Hm? Ich habe ein Lager, du bist dort willkommen. Ja, dann helfen wir eurem Baby später. Wir müssen ja erstmal alle retten hier. So, blödi. Hä, mit meinem Gewinn? Äh, warum wollt ihr unseren Spaß regeln? Gebt mir mein Geld zurück und euresgleichen mit. Also nochmal. Ich habe keinen Bonus. Oh je. Okay, nochmal. Ja gut, du mich auch. Würfel. Weiter. Oh, ich habe noch Spaß gemacht, Junge. Keep pushing, though. See what happens. Hey. Roller. Well, if it ain't our fledgling chicken chaser. Got a taste for the game now, do ya? Das, 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 das mal später. Ich, ich, ich habe gesehen, wir müssen den Dingens retten und wir sollen ja hier auch noch mit ihm reden. Spuren, diese Klager. Enjoying the view. Looking tasty in these new breaches, ain't I? Ah, die steht doch wirklich gut. Proper stylists, ain't they? Nicked him off this dwarf we're cooking. Oh Gott. Der Zwerg hatte etwas, weiß ich, aus deiner Hose. I don't know. Was already stripped down to his breeches when I got my hands on him. Had a couple of coins in the pockets and some daft poem. But that's all. Ich liebe Gedichte, darf ich mal sehen? Sure you can. But I look's all you're getting. For all I know, this little roast, I was some famous bard. And you'll be sending his last words for a pretty penny. As the symbol glows, power courses through you, authority. Uh, yeah, I have to think about it. But if the Lads find out how much I enjoy it, they'll stick me on the spit. Ah, ihr Liebgedicht insgeheim, wie rührend. What? It's a load of old bollocks. All this moons and stars rubbish. Embarrassing is what it is. It's soft stuff. Don't want nothing to do with it. Okay. Ein Inventar. Die Dummheit und der Niedergang. Schussnotizen. Ah, hier. Ein Sohn der Solune fiel hier in die Finsternis und wir versiegelten sein Grab in ihrem heiligen Glühen. Möge der Vormund die Sterne nie mehr berühren. Möge die Finsternis niemals die Schwelle der Mondmeid erobern. Unordentliche Randnotiz. Treppe unter Tempel gefunden. Die Monde drehen sich wohl, aber in welche Richtung? Eine Reihe von Sternen und Rundfasen sind darunter gekennzeichnet. Navigieren. Okay. Das Nachtlieder. Ja, ich suche jetzt kein Nachtglied. Das ist der. So. Oh, 59 hat schon. Hi. No go inside. Inside. Boring. Ist boring. Wir gehen rein. Boring. Oh, come on now. They're just having a bit of fun. Oi. Oi. Ain't no party in here. We're doing the absolutes work. State your business. Now. Das ist verhätslich aus. Ist wieder ein bisschen Lyser on. Authority. Authority. Ah. Ha. Good donkey. Das. Can't be here to see the true souls. Those types don't even bother to wait. Ich bin hier, um die wahren Seelen zu sehen. Wollt ihr sie warten lassen? Well, I didn't say that. But you all need to be more specific, mate. Absolute's blessed us with free. You here to see Priestess Gut. Boss Ragslin. Or the Drow. Ah, Priesterin. Äh, die Priesterin wollten wir doch, ne? Ja, ja, Priesterin gut. Do you now? Might feel different once she puts a burning brand to ya. She's through the main doors. Just follow the smell of burnt goblin ass. Hehehe. Sehr wichtiger Parasit. Okay. Sehr, bitte dran schieben. Okay. Sehr, bitte dran schieben. Das andächtige Mosul. Warum soll ich mich anmachen lassen? Ich möchte das aber nicht. Vielleicht braucht man es. After all, you're special, ain't you? Like me. Sie probes your mind, tangling your thoughts with hers. Ja. 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 Bin ich ja jetzt mal gespannt. Ja. 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 Was kann ich noch was ich denn tun? Oh gut, ich bin bereit. Ich bin bereit, wie ein Pickpockets' Fingers, auf die Flüge in der Fabrik. Es ist alles schlappig in da. Was hast du schüttet? Das ist nicht richtig. Warum hast du mich resistiert, wenn du mit dem Absoluten bist? Sie schützt deine Schmerzen ab, und sieht die Mindflayer aus dem Schiff. Hals, das ist schrecklich. Ich weiß nicht, warum du es möchtest, aber es gibt keine Schmerzen zwischen uns. Ich schauze mich an, und schauze, was es für dich getan hat. Ich bin ziemlich sicher, dass in eurem Kopf auch so ein Parasit ist. Dann holt es erstmal raus. Was für ein Plan habt ihr genau? Okay, ich bin bereit. Ich sterbe wieder. Ich sterbe wieder. Ich sterbe wieder, tot, tot. Du weißt, dass die Absoluten nicht nichts zu schmerzen möchtest. Also trink das. Es wird dich purifieren. Du kennst die Telltale Flecken von Wehrjackal-Blood. Es ist eine Potion von Sleep. Davon starb halb elf. Wir sind wieder tot, tot. Ich glaube, wir sind wieder tot, tot. Aber wieso? Ich habe noch nichts gemacht, Mädel. Du bist jetzt aber fies. Also echt jetzt. Mädel. Mädel. Jetzt kommen die. Ich bin doch völlig alleine hier. Okay. Um. Quando cracked mich. Dann neu. Z Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Sehr gut. Wo sind denn meine Kollegen? Ich bin tot. Meine Kollegen sind ja gar nicht da. Das bringt ja gar nichts. Okay, die Tante ist noch nicht so... Wie soll ich sagen? Die Herrschaften sind ja nicht da. Meine Kolleginnen und Kollegen. Das war ein unfairer Kampf. Wenn die anderen nicht gekommen wären, wäre gut gewesen. Oh ja, gib mir ein bisschen Zeit. Zurück ich gehe. So oder so muss ich mit dir kämpfen. Das könnte dir schwer sein. Nicht jetzt. Ich werde dich zu schrecken. 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 Diese Boots haben alles gesehen. Oh Mann. Das ist doch jetzt affig, oder? Ich werde dich zu schrecken. Sorry, aber da stimmt doch irgendwas. Wo sind meine Leute? Irgendwas stimmt nicht. Habe ich mich von denen getrennt oder so? Ich würde sagen, wir gehen nicht mit ihr, nicht zu ihr. Wir beginnen ein neues Spiel, aber nicht einfach. Wir beginnen ein neues Spiel, move deine Augen! Wieso? Ach, das ist doch... Was haben die das angetan? Ich bin ein Waldläufer. Wollte ich mich verkrack eiern? Uh, alles gut. Wieso? 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 Das Gedicht. Josef. Ich will mich hierherher in! Toildaddy! Das ist der Plan. Ja, saft mal schön. Okay, tschak, nein, wo ist denn der? Die Statue of Saluna, this room must have been dedicated to her. Meat ain't ready yet. Dwarves taken age to roast. He lads inside are trying to get answers at one of his mates. Ähm, die Jungs da drinnen versuchen einen in seinen Kuchen zu reden zu wollen. Wo ist der Gefangene? Enjoy poking holes in people, do ya? He is inside, keep to the right and follow the screams. Okay, aber wir müssen mit jemand andern noch reden. Wie ist denn der? Grieka. Buzze off, gotta concentrate on the meat. Ja. 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 Mhm. Ja. Warum nicht? Oh, verdammt! Hätte ich gebraucht. Nochmal. Okay. 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 ja okay gibt es ins inventar damit das okay machen wir einmal speichern weil jetzt haben wir das eulen baby auch heute bin ich zufrieden Meine Bauchschmerzen sind weg. Diese Typen nicht mehr warten. Ich habe das gesagt. Sie sind hier, um die Priestess Gutt zu sehen? Boss Raxlin? Oder die Drow? Das ist ein Gott. Jetzt machen wir das. Was ist das Problem? Selouna ist ein schlechtes Omen. Schau mal, was hat in ihrem Tempel geflogen geflogen. Though, ich werde erinnern, dass es einmal sehr beeindruckt hat. In all ihren Schmerzen. Ich frage mich, was passiert? Kein Problem. Ich rufe leichter, wenn wir von diesem Ort sind. Selouna, ein böses Omen. Nur kaum. Was ist wirklich los? Wir haben nicht Zeit für das. Besonders, ich habe mich schon selbst erklärt. Naja, ihr könnt mir trauen. Ich will wissen, was euch bedrückt. Oha. Das haben wir schon gedacht. Dass das nichts wird. Sie ist halt eine kleine Zicke. Nochmal. Los. Wieso nur? Okay. Ähm. Okay. Ähm. Ich würde gerne unsere Stufenaufstiege eben machen. Damit wir das hinter uns haben. Gesundheit erhöht. Okay. Weiter. Zauber ersetzen. Zeichne sie jetzt raus. Rein. Überzeuge ein Tier, dich nicht anzugreifen. Wunder hervor. Heile eine Kreatur, die du berühren kannst. Die Wolke blendet Kreaturen darin und verschleilt sie komplett. Gute Beeren. Beschweren vier magische Beeren in deinem Inventar oder das eines Begleiters. Kreaturen, die eine Beere essen, gewinnen. Dornenhagel. Oh. Sehr gut. Hör Attribut um zwei oder zwei Attribute um ein. Maximalwert 20. Du erhältst einen Brust von auf Indien. Kannst nicht überrascht werden. Athlet. Stürme. Armbrustexperte. Wenn du Armbrustangriffe in Nahkampfreichweite ausführst, bist du bei Armbrustwürfen nicht im Nachteil. Außerdem verdoppelt dieses Talent die Dauer, für die dein sporener Schuss einen zielklappenden Wunden zufügt. Meisterschaftsschwerer Waffen. Rechte Gerüst. Du bist in leichter Gerüstung geübt und erhöhst deine Stärke oder deine um eins. Glückspilz. Du erhältst drei Glückspunkte, die du nutzen kannst, um bei Angriffsattributs oder Rettungswürfen im Vorteil zu sein. Oder einen Gegner zu zwingen, seine Angriffswürfe erneut auszuführen. Magiertüter. Wenn eine Kreatur in deiner Nahkampfreichweite einen Zauber wirkt, bist du bei jedem Rettungswurf dagegen im Vorteil und kannst eine Reaktion verwenden. Bade. Magier Kleriker. Magier Kleriker. Ich bin hier. Kampflosklappel. Wichtig. Kampflosklappel. Kampflosklappel. Leichtfüßig. Deine Bewegungsrate wird erhöht, wenn du spurtest. Unterhalter. Wenn du mit einer Klebe, einer hellen Bade, einem Kampfstab oder einem Speer angreifst, ich habe keinen Speer, hört dein Attributswert um 1, maximal 20, sondern in Rettungswürfen dieses Attributs. Wilder Angreifer, wenn immer du einen Nahkampfwaffenangriff auswürfest, würfest du zweimal mit deinen Schandswürfen und verwirrst das höhere Ergebnis. Wenn du einen deiner Verbündungen angreifst, kannst du eine Reaktion verwenden, um einen Waffenangriff, diese Gegner auszufüllen. Das finde ich gut. Scharfschütze haben keine Malus durch Regeln bei erhöhter Position mehr. Mit Waffen, in deren Umgang du geübt bist, haben einen Malus auf ihren Angriffswürfen, aber zu den 10 Schaden. Du kannst diese Option ein- und ausschalten. Geübt, du bist in drei Fertigkeiten deiner Wahl geübt. Oh, Waffenmasken. Deiner Wahl geübt und deine Stärke oder Geschickigkeit wird um 1 erhöht. Das ist das, das ist das. Weiter geübt. Ich weiß nicht, ob das so gut war, aber egal. Was hab ich getan? So, er auch. Schauen wir mal, was er macht. Gesundheit, neuer Zaubertrick, neuer Zauber. Magierhand, einfache Illusion, Giftverspulung. Aha. Bis bei Charisma Würfen gegen hinten. Knochenkälte. Dann ist ein anderes Wurf im Vorteil. Zielsicherer Schlag, Giftverspulung. Okay, was haben wir denn hier Schönes? Blindheit ist nicht so interessant für mich. Dolchwolke. Dunkelheit. Finstens, die Kreaturen, Fesseln, Verzerrungshauber. Schränk, die Person festhalten. Unsichtbarkeit. Brindende Hände. Brindende Hände. Singende Strahle hervor. Drei Feuerstrahle. Jeder Strahl bewegt zwei bis auf Feuerschaden. Schwächerstrahl. Nebenschritt. Spiegelbilder. Befehlen. Befehlen. Verzerrungshauber. Eine Krille zu fliehen, näher zu kommen, stehen zu bleiben, auf dem Boden zu fallen, ohne die Waffe wegzuwerfen. Wascher Rückzug. Verwünschen. Schutzvergutung. Bösen. Hexenfall. Ähm. Das. Äh. Raus. Zerbersten. Arme von Handa. Hölnstattabe. Äh. Das raus. Und rein. Puh. Zerbersten. Puh. Durchwolke. Da mach ich einfach Adjut. Wutverwässig. Was ich will. Ja. Weiter. Intelligenz. Weisheit. Kauswarte sehr hoch. Puh. 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 Kauswarte. 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 Was ist das? sprühende farben personen bezaubern selbst verkleidung ohne ihn damit er dich nicht angreift du bei charismanwürfen in dialogen in vorteil wenn du all deine äußeren merkmal auf magische art das ist so bis zu drei treffer und kreaturen aus schlafen ein haustier donnerwoge schritt sprung verbessern eis besser federfall ist ein federfall du und verbündete in der nähe seit gegen falsch an auch weiter es geschickt die weisheit dass es immer raus geht ich muss noch unsere dame hier gesundheit licht taumaturgie verwandelt zaubertricks du bist bei einschüchtern und auftreten wir im vorteil eine augen aus bis zu langen rast allein nur den halben stand durch hieb und stich flamme erzeugen eine flamme in deiner hand erhält einen radius von neun meter und bewirkt ein bis acht flamme erzeugen sie geworfen wird und ja licht auch attribute verbessern charisma und intelligenz festhalten blindheit eine spirituelle waffe gebet der heilung heile alle verbündeten die du sehen kannst heilung heile deine verbündeten und erhöhe ihre treffer punkte maxim um fünf treffen schwache genesen schwache genesen das kann man rausnehmen ja sie ist eigentlich so ein bisschen unsere heilerin deswegen habe ich hier die du sehen kannst die du berühren kannst das kann man rausnehmen das kann man rausnehmen warum soll man das erste gefehl einer kreatur zu fliehen tun verminder könnt nicht zum ziel gegnerischen angriffen werden bis sie eine kreatur angreift oder wenn gegen die anrufen können eine kreatur angreift oder ein wenn man einen humanoiden gegner war humanoid was sind genommen auch ja sie ist mehr so unser jetzt muss ich aber noch mal rein jetzt schon wieder cap hier auf gut ihr lieben ich war ist ein langer part ich muss jetzt erst mal feierabend und bedanke mich fürs zusehen daumen hoch kommentar tipps und tricks immer will ich mich sehr drüber freuen und im nächsten park geht es dann weiter bis dahin adios